Hallo, Christoph. Willkommen bei Skyrim Nagels. Wie geht's dir? Super. Was machst du hier? Springen? Warum? Ich habe dir einfach Bock drauf. Weil ich schon immer davon geträumt habe. Viel Spaß nicht? Viel Spaß. Okay. Letzte Worte für deine Familie? Das wird. Ich höre frei wieder vor. Ich habe dich jetzt. Ich habe dich jetzt���iseigt. Ich habe dich nicht aufgett. Ich habe dich nicht aufgett. Ich habe dich nicht aufgett. Ich liebe dich. Ich glaube, wir wollen dich aufgett. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018